Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem und den folgenden Videos werden wir uns eher theoretischen Aspekten zuwenden. Wir hatten uns in den letzten Videos mit eher praktischen Dingen beschäftigt, nämlich HTML und CSS. Bei beiden handelt es sich um Sprachen. HTML trägt das schon in seinem Namen, Hypertext Markup Language. CSS zwar nicht, aber auch hier haben wir es mit einer formalen Sprache zu tun. In solchen formalen Sprachen ist exakt festgelegt, was erlaubt ist, was korrekte Ausdrücke sind, die wir in dieser Sprache bilden können. Wir haben auch schon Validatoren kennengelernt, also Werkzeuge, mit denen man überprüfen kann, ob ein HTML-Quelltext oder eine CSS-Datei korrekte Syntax enthält, also korrekt strukturiert ist. Unabhängig davon, ob sie hinterher tatsächlich das tut, was sie tun soll, oder ob sie sinnvollen Inhalt enthält. Ihr habt vermutlich mittlerweile am eigenen Leib erfahren, dass man manchmal Dinge in diese Dateien schreibt, die möglicherweise durchaus korrekt sind, aber trotzdem nicht das gewünschte Ergebnis liefern. Ich möchte jetzt zunächst mal einen Bogen zurück an den Anfang der Vorlesung schlagen, wo wir uns in einem der allerersten Videos mit dem Thema der symbolischen Maschinen auseinandergesetzt haben. Bei diesen symbolischen Maschinen geht es genau um einen formalen Gebrauch von Symbolen oder Zeichen. Zwischen diesen beiden Begriffen müssen wir an dieser Stelle nicht unterscheiden. Mit diesen symbolischen Maschinen gelingt es uns, Aufgaben an eine Maschine zu delegieren, von denen wir eigentlich denken, dass zu ihrer Bewältigung geistiger Arbeit erforderlich sei. Tatsächlich aber ist dies oftmals gar nicht der Fall und Aufgaben lassen sich gewissermaßen mechanisch lösen. Dann kann man sie an eine Maschine delegieren, weil wir Prozeduren, festgelegte Vorgehensweisen haben, die mit diesen Zeichen umgehen können. Nur deshalb ist es überhaupt möglich, dass wir eine solche Software wie einen Validator nutzen können, der in der Lage ist zu überprüfen, ob ein gegebenes HTML-Dokument oder eine CSS-Datei korrekt sind. Korrekt bedeutet in diesem Sinn immer nur syntaktisch korrekt, also von der Zeichenfolge her. Wie sie aufgebaut sein muss, ob bestimmte Zeichen nur an bestimmten Stellen und nur in einer bestimmten Reihenfolge in ihr enthalten sind. Bei HTML-Dateien wissen wir ja seit neulich, dass sie mit einer bestimmten Zeichenfolge beginnen müssen. Spitze Klammer auf, Ausrufezeichen, Doctype, HTML, Spitze Klammer zu. Das in dem HTML-Teil zunächst enthält, dann ein Body stehen muss und so weiter. Zu diesem Zweck nutzt man sogenannte Grammatiken, die wir uns in diesem und den folgenden Videos anschauen werden. Wir werden hier wieder nur die Grundzüge kennenlernen und nicht alles in dieser Weise formalisieren, denn man kann das sehr weit treiben, so wie das die Entwickler sowohl von HTML und CSS getan haben, die damit sehr genau festlegen, standardisieren, was erlaubt ist, als auch die Entwickler der Validatoren, mit denen wir sehr viele Fehler aufspüren können. Es ist dabei unter anderem eine Frage des Aufwands, den man treiben möchte, wie weit man etwas formalisiert und was man dabei alles mit berücksichtigt. Und was man lieber auf andere Weise erledigt. Da gilt es immer, einen Kompromiss zu finden und wir werden hier, außer in sehr einfachen Fällen, keine allzu weit reichende Formalisierung vornehmen. So hatten wir im Zusammenhang mit HTML gelernt, dass diese Schachtelung wichtig ist, Tags also in der richtigen Reihenfolge geöffnet und geschlossen werden müssen. Wenn wir ein H1 öffnen und darin dann einen Anker, müssen wir erst den Anker wieder schließen, bevor wir das H1 schließen können. Andersherum ist das nicht erlaubt. Diese richtige Struktur, diese richtige Klammerung, lässt sich gar nicht so einfach über eine Grammatik abbilden. Das ist durchaus möglich, erfordert aber komplexere Grammatiken, die wir im Rahmen dieser Veranstaltung bzw. dieser Videoserie nicht ansprechen wollen. Wir wollen uns hier nur vergleichsweise einfache Grammatiken angucken und beginnen dabei mit sehr einfachen Sprachen. Beispielsweise kann man nämlich eine mathematische Formel als ein solches formales, syntaktisches Konstrukt begreifen oder auch einen Algorithmus, auch wenn wir hier bislang zu diesem Zweck keine formalen Sprachen verwendet haben, sondern diese eher umgangssprachlich in Pseudocode formuliert haben. Da haben wir Formulierungen verwendet wie, solange etwas der Fall ist, soll etwas wiederholt werden. Wir werden aber noch sehen, wie wir auch so etwas formalisieren können, denn das ist genau das, was wir mit Programmiersprachen erreichen wollen. Mit formalen Sprachen verfolgen wir im Grunde genommen zwei verschiedene Ziele. Auf der einen Seite müssen wir für uns als Menschen beschreiben, wie wir etwas in dieser formalen Sprache ausdrücken können. Irgendwie müssen wir ja wissen, was denn gültiges HTML oder gültiges CSS zum Beispiel ist, also wie man beispielsweise ein Attribut in HTML und wie man ein Attribut in CSS korrekt aufschreibt. Wir haben schon gesehen, dass dies bei den beiden Sprachen sehr unterschiedlich ist. In HTML schreiben wir den Attributnamen, dann kommt ein Gleichheitszeichen, dann ein Anführungszeichen, dann der Attributwert und schließlich wieder ein Anführungszeichen. In CSS sieht das ganz anders aus. Da haben wir einen Attributnamen, dann einen Doppelpunkt, dann ein Leerzeichen und dann einen Attributwert und schließlich ein Semikolon. Beides müssen wir formal exakt so schreiben und wir müssen uns daran halten, um korrektes HTML bzw. CSS zu erstellen. Aber woher wissen wir das? Nun, das ist in einer sogenannten Spezifikation festgeschrieben. Solche Spezifikationen kann man auf verschiedene Weisen niederschreiben, von denen eine die Notation als formale Sprache ist. Genau das wollen wir im Folgenden dann auch tun. Der zweite Aspekt, der mit formalen Sprachen einhergeht, ist der, dass sie es uns ermöglichen, Programme zu schreiben, die in der Lage sind, diese formalen Strukturen auszuwerten. Das heißt, wir können Maschinen entwickeln, Maschinen jetzt im Sinn dieser symbolischen Maschinen, also Algorithmen bzw. Programme, die diese formalen Sprachen auswerten. Das Programm, das wir meistens zu diesem Zweck genutzt haben, ist unser Webbrowser. Der macht genau das, denn er muss natürlich analysieren, wie etwas dargestellt werden soll. Von wo bis wo geht die Überschrift, von wo bis wo der Absatz und von wo bis wo der Anker. Gewisse Fehler kann der Browser dabei vielleicht noch durchgehen lassen und halbwegs intelligent korrigieren. Wir haben als Beispiel dafür schon gesehen, dass der Browser eventuell ein schließendes Anker, still und heimlich ergänzt, wenn wir es in einer Tabellenzelle vergessen haben. Aber es kann auch sein, dass der Browser dann eine falsche Darstellung erzeugt oder im schlimmsten Fall gar nichts anzeigt, weil das Dokument syntaktisch nicht korrekt ist, keine saubere Struktur aufweist oder Ähnliches. Die Webbrowser sind typischerweise fehlertolerant ausgelegt, weil die Entwickler wissen, dass Leute bei der Erstellung von HTML-Dokumenten häufig Fehler machen. Die Validatoren hingegen handhaben das strikt. Sie zeigen uns kleinlich genau an, wenn etwas nicht so aufgeschrieben ist, wie es aufgeschrieben sein müsste und melden uns dann entsprechend einen Fehler oder vielleicht auch nur eine Warnung. Auch die Validatoren sind nicht immer hundertprozentig zuverlässig. Sie können vor allem nicht immer die korrekte Fehlerursache finden und die genaue Stelle, an der sich der Fehler befindet. Wir reden immer von formalen Sprachen, aber eigentlich müssten wir von formalen Zeichensystemen sprechen, mit denen wir es hier zu tun haben. Sprache ist ein sehr großes Wort für das, was wir hier haben. Natürlich kann man das als Sprache bezeichnen, aber viele der Eigenschaften, die Sprachen normalerweise haben, die natürliche, gesprochene oder auch geschriebene Sprache, hat ganz andere Eigenschaften. Beispielsweise müssen normalerweise unsere Texte, die wir sprechen oder aufschreiben, gar nicht wirklich korrekt sein und sie sind auch üblicherweise nicht so sauber strukturiert. Das hat man seinerzeit auch festgestellt, als man mit dem Versuch begonnen hat, Sprachen so zu beschreiben. Noam Chomsky ist ein berühmter Sprachwissenschaftler, dessen Forschung sich genau mit dieser Fragestellung beschäftigt hat, wie man Texte formal beschreiben und analysieren kann, wie man Sprache mit Grammatiken exakt beschreiben kann. Das Ziel war, genaue Regeln aufstellen zu können, sodass dann auch eine Maschine in der Lage wäre, korrekte Sätze zu erkennen, uns anzuzeigen, wenn wir einen Satz falsch aufgeschrieben haben und auch das war ein wichtiger Gedanke bei diesen Forschungsprojekten in den 1950er und 1960er Jahren, Texte zu übersetzen. Dabei ging es vornehmlich um russische Texte, denn die Projekte wurden zu guten Teilen im militärischen Kontext durchgeführt, mit dem Ziel, sowjetische Funksprüche ins Englische zu übersetzen. Dies durch menschliche Übersetzer durchführen zu lassen, hätte viel Personal- und umfangreiche Ausbildungsprogramme erfordert. Durch maschinelle Übersetzung hoffte man, hier rationalisieren zu können und möglicherweise auch die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Dafür wäre eine gute Analyse der Sprache erforderlich gewesen, aber man hat sehr schnell festgestellt, dass Sprachanalyse und Übersetzung gar nicht so einfach sind und sich unsere natürliche Sprache nicht in einer solchen formalen Weise beschreiben lässt. So sind wir eigentlich erst seit wenigen Jahren so weit, dass wir recht zuverlässige Übersetzungsprogramme haben, die allerdings nach ganz anderen Prinzipien funktionieren und gar nicht mehr auf solchen formalen Sprachen und Grammatiken aufbauen. Mit formalen Sprachen können wir aber gewisse Dinge durchaus gut beschreiben, nämlich insbesondere so etwas wie HTML, also Dinge, die wir von Computern verarbeiten lassen wollen und um die geht es dann in erster Linie in dieser Vorlesung. Auch einfache Dinge wie zum Beispiel die natürlichen Zahlen kann man auf diese Weise beschreiben. Wie sieht denn eine Zahl aus? Das kann man relativ gut beschreiben. Eine Zahl ist eine Folge von Ziffern. Die Zahl 3493 beispielsweise besteht aus vier Ziffern, die hintereinander angeordnet sind. Das Alphabet ist klar, das sind nämlich die Ziffern von 0 bis 9. Und die Regeln besagen, dass man diese Ziffern in beliebiger Folge hintereinander hängen kann und zwar beliebig viele davon. Was man allerdings nie macht, zumindest als normaler Mensch nicht, unsere Zahlen beginnen normalerweise nicht mit Nullen. Mitunter hat man auch solche führenden Nullen, beispielsweise wenn man ein Datum aufschreibt als 0,4,0,4,2023. Aber normalerweise ist eine natürliche Zahl eine Folge von beliebigen Ziffern, wobei die erste keine Null sein darf. Das könnte man jetzt mal formal aufschreiben und tatsächlich werden wir das zu einem späteren Zeitpunkt auch noch tun, nämlich als Übungsaufgabe. Wir sprechen dann bei dem, was wir da erzeugen, häufig davon, dass wir einen Text erzeugen, beispielsweise eben den Quelltext unserer HTML-Datei. Das ist natürlich kein Text, wie man das sprachwissenschaftlich oder literaturwissenschaftlich betrachten würde. Während man normalerweise mit einem Text so etwas meint wie ein eigenständiges Werk, also beispielsweise einen Artikel, der irgendwo publiziert worden ist, ist für uns ein Text etwas, das wir informationstechnisch betrachten. Ein Text ist für uns eine zusammenhängende Einheit von Zeichen. Man könnte auch sagen, das, was in einer Datei steht. Ein Text ist in diesem Sinn eine Ansammlung von Zeichen, die hintereinander stehen. Dazu gehört im Fall einer Webseite der Inhalt, der auf dieser Seite angezeigt wird, aber auch alle die Steuerzeichen, die Tags und so weiter. Ich hatte eben schon mehrfach das Wort Syntax benutzt. Texte besitzen eine Syntax, eine Struktur. Bei HTML-Dokument hatten wir gesehen, dass dort am Anfang Spitze Klammer auf, Ausrufezeichen, Doctype, HTML, Spitze Klammer zu, eben in diesen Spitzenklammern steht. Dann ein öffnendes HTML-Tag und ganz am Ende ein schließendes HTML-Tag. In der HTML-Umgebung kommt zunächst oben der Head, darunter dann der Body und in den beiden wiederum verschiedene andere Elemente, wobei bestimmte Elemente nur im Head, andere nur im Body auftreten dürfen. Alles das ist Syntax und sagt noch nichts darüber aus, ob wir irgendetwas auch nur halbwegs Bedeutungsvolles dort hineinschreiben. Wir können natürlich unseren Dokumenten ein Title-Tag mitgeben, in das wir irgendwelchen Nonsens hineinschreiben und wir können auch unsinnige Dinge in unsere Texte schreiben. Allerdings dürfen wir zum Beispiel keine beliebigen HTML-Tags verwenden oder Dinge, die so aussehen. Das geht schlicht und ergreifend nicht. Es sind nur bestimmte Tags zugelassen, eben die in HTML definierten. Das ist so in der Syntax von HTML festgelegt. Die Syntax ist, so sagen die Sprachwissenschaftler, die Lehre vom Satzbau. Sie ist ein Teilgebiet der Grammatik und beschreibt, wie sprachliche Elemente zu Sätzen geordnet bzw. zusammengesetzt werden. Die Syntax legt nicht fest, was sich sinnvoll sagen lässt. So lautet dann auch einer der bekannten Sätze von Norm Chomsky Colorless green ideas sleep furiously. Das ist ein syntaktisch einwandfreier englischer Satz, der ist wunderbar aufgebaut, da ist alles korrekt, nur ist dieser Satz natürlich hoffnungslos sinnlos. Ob ein Satz sinnvoll interpretiert werden kann oder nicht, wird in der Regel nicht durch die Syntax festgelegt. Die Sinnhaftigkeit eines Satzes oder einer Zeichenkette liegt dann in der Semantik und nicht in der Syntax. Wir haben es hier mit formalen Sprachen zu tun. Dort nennen wir das, was in natürlichen Sprachen als Satz bezeichnet wird, ein Ausdruck. Eine Folge von Zeichen werde ich im Folgenden also immer als Ausdruck bezeichnen. Was wir mit der Syntax ausdrücken, kann man als ein Produktionssystem bezeichnen. Wir werden uns im nächsten Video genauer angucken, was das bedeutet und wie wir tatsächlich Ausdrücke quasi aus dem Nichts, genauer gesagt aus einem einzelnen Zeichen, dem sogenannten Startzeichen, durch fortgesetzte Anwendung von Produktionsregeln generieren. Damit haben wir dann einen formalen Prozess, der es uns ermöglicht, alle Elemente einer Sprache zu erzeugen, die gültige Ausdrücke sind und nur diese Elemente. Denn ein wichtiger Bestandteil der von uns festgelegten Syntax wird sein, dass wir nicht beliebige Zeichenketten produzieren können, sondern nur korrekte oder wohl geformte Zeichenketten. Wir wollen also dafür sorgen, dass man eben keine fehlerhaften HTML-Dokumente erstellt, an deren richtiger Darstellung der Browser dann scheitern würde. Ein solches Produktionssystem bezeichnet man in der Informatik als eine Grammatik und um diese wird es in den nächsten Videos gehen. Werden wir jetzt einmal konkret und schauen uns an, wie man eine Grammatik für eine bestimmte Art von Ausdrücken festlegen kann. Dazu starten wir nicht mit so etwas Komplexem wie HTML, sondern mit Kalenderdaten, also etwas, mit dem wir es durchaus im alltäglichen Leben zu tun haben. Wie können wir diese als formale Sprache betrachten? Nun, wir wissen hier, wie so ein Kalenderdatum aufgebaut ist. Ein typisches Kalenderdatum, wie wir das hierzulande normalerweise aufschreiben, beginnt mit der Angabe eines Tages, dann folgt eine Monats- und schließlich eine Jahresangabe, und zwar üblicherweise in dieser Reihenfolge. Wir betrachten hier nur numerische Kalenderdaten, also nicht mit Monatsbezeichnungen wie Mai. Im englischen Sprachraum sieht das etwas anders aus, aber im deutschen Sprachraum macht man das üblicherweise so, dass diese drei Komponenten voneinander durch Punkte getrennt sind. Das erste Datum hier auf der Folie, der 9.5.2023, ist ein Datum, von dem wir sagen können, dass es in der näheren Zukunft liegt und als Bedeutung verbindet ihr vielleicht noch damit, dass dies der Tag ist, bis zu dem ihr dieses Video angesehen haben solltet. Was uns aber hier interessiert, dies ist ein syntaktisch korrektes Datum. Man könnte auch schreiben 09.05.2023. Da haben wir dann eine führende Null vor der Monatsangabe, denn das ist insbesondere bei Formularen oder generell bei Behörden ein oft verwendetes Format. Wir würden vermutlich auch ein Datum wie 09.5.23 zulassen, also mit nur zweistelliger Jahreszahl. Nicht korrekt wäre jedenfalls bei uns im deutschen Sprachraum, dass wir die einzelnen Bestandteile mit Schrägstrichen schreiben. Der Schrägstrich ist hier kein gültiges Trendzeichen. Jetzt kann man sich noch viele weitere Dinge überlegen, die ebenfalls nicht korrekt sind. Zum Beispiel dürfte die Jahreszahl aus zwei oder vier Stellen bestehen, aber niemals aus drei oder auch nur aus einer. Was syntaktisch auch zulässig wäre, ist zum Beispiel ein solches Datum wie der 64.13.1947. Zwei Ziffern, dann ein Punkt, wieder zwei Ziffern, wieder ein Punkt und vier Ziffern. Das ist die syntaktische Struktur unserer Kalenderdaten. Natürlich ist das kein sinnvolles Datum, kein sinnvoller Ausdruck in der Sprache der Kalenderdaten, aber eben syntaktisch korrekt. Wir könnten nun unsere Syntax verfeinern und dafür sorgen, dass die erste Ziffer niemals größer als drei sein darf. Aber dann wäre der Ausdruck 32.05.2023 immer noch ein korrekter Ausdruck. Also müsste man das noch weiter verfeinern. Würden wir nun mit Grammatikregeln dafür sorgen, dass die durch die ersten beiden Ziffern beschriebene Zahl nicht größer als 31 werden kann, wären immer noch der 31.04.2023 oder der 30.02.2023 korrekte Kalenderdaten. Je weiter man das verfeinern möchte, umso komplexer wird die Grammatik. Daher stellt sich beim Entwurf einer Grammatik und dahin wollen wir hier kommen, dass wir selber Grammatiken zu gegebenen Problemstellungen entwerfen können, immer die Frage, was man alles in die Syntax gießen will und wo man die Grenze zieht. Oft ist es sinnvoll, mit der Grammatik nur bestimmte Dinge vorzugeben und eine Validität der Daten mit anderen Hilfsmitteln zu überprüfen, die wir kennenlernen werden, wenn wir uns mit der Programmierung beschäftigen. Unsere Grammatik würde dann vermutlich ein Datum wie den 64.13.1947 zulassen. Dass der Ausdruck dann nicht sinnvoll interpretiert werden kann, kann dann zu Problemen führen, aber wenn beispielsweise ein Mensch dieses Datum sieht, wird er natürlich sofort erkennen, dass dort Unfug steht. In ähnlicher Weise gehen auch die Webbrowser vor, wie ich vorhin schon angedeutet habe. Sie sind fehlertolerant in dem Sinn, dass sie unseren HTML-Quelltext irgendwie verarbeiten und in dem Fall, dass sie auf einen Fehler stoßen, die Arbeit nicht einfach einstellen, sondern etwas anzeigen, was richtig sein kann, aber nicht sein muss. Der Betrachter wird dann hoffentlich merken, ob es das ist, was er haben wollte oder nicht. Und wenn er der Entwickler der Webseite ist, wird er hoffentlich den Fehler beseitigen. Insofern versucht man nicht unbedingt, immer sämtliche Fehler auszuschließen, sondern wird bestimmte Ausdrücke von der Grammatik hier zulassen, die Überprüfung der Zulässigkeit des Ausdrucks und erst recht der Sinnhaftigkeit einem Menschen überlassen. Deshalb haben wir in den Validatoren manchmal nicht nur Fehlermeldungen, sondern auch Warnungen, in denen uns mitgeteilt wird, dass das, was wir da geschrieben haben, syntaktisch durchaus okay ist, aber eigentlich nicht in Ordnung ist. In der Vorlesung zur HTML hatten wir beispielsweise diese kleine Bildergalerie, in der die Bilder englische Titel trugen, ich aber dennoch als sprachattribut.de festgelegt hatte. Selbst das würde ein Validator merken und uns als Warnung ausgeben, den Webbrowser hingegen lässt das kalt. Eine solche Überprüfung lässt sich nicht mehr mit einer Grammatik abbilden. Dafür sind komplexere Mechanismen erforderlich. Damit haben wir uns den formalen Sprachen ein wenig angenähert und werden uns in den folgenden Videos eingehender mit Ihnen beschäftigen. Wir werden uns als nächstes angucken, wie man eine solche formale Sprache für ein konkretes kleines Beispiel aufbaut und dann die Komplexität Stück für Stück steigern, bis wir dahin kommen, dass wir solche Grammatiken zum einen selber auswerten, zum anderen aber auch selber erstellen können. Tschüss, bis zum nächsten Video.